. 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 So, und heute wollten wir ein paar neue Touren machen. So, das kann ich hier jetzt auch reinschmeißen. So. So, äh, Electric Kit. Hä? Wieso kriege ich jetzt das Achievement? Egal. Freut mich, dass ich das Achievement bekommen habe, aber komisch. So, und... Machen wir hier alles ein bisschen heiler. Oh, das ist kaputt. Das sollte ich reparieren, äh, austauschen, meine ich. Nubbelnd. Ja, äh... So halb, muss ich sagen. Ähm, und zwar haben wir heute unser Büro umgebaut und ich bin, alter Schwede, fertig. Das glaubst du nicht, äh, wir haben jetzt von 12.30 Uhr bis, äh, 18 Uhr das Büro umgebaut. Eigentlich wollten wir nur bis 15 Uhr. Ja. Also, ja, aber deswegen hat der Stream auch erst später angefangen. Normalerweise habe ich nämlich um, äh, 17... äh, um 12.30 Uhr Feierabend. Also freitags zumindest. War ein bisschen Hardcore irgendwie. Und bei dir? Oh, okay. Ja, bei uns ist halt, ähm... Wir arbeiten von, äh, unter der Woche, also, ähm, montags bis donnerstags bis, äh, so achteinhalb Stunden, dass wir freitags, äh, früher gehen können. Und früher gehen heißt dann halt 12.30 Uhr. Und früher gehen heißt dann halt, äh, früher gehen können. Äh, ich bin Teamleiter von einem Helpdesk und Support in IT. Und da sammelt sich ziemlich viel Technik an im Büro und dann haben wir heute, keine Ahnung, fünf Wagen oder so voll mit alten Sachen und Schrott und so weiter und Kabeln weggebracht. Ach ja, und ich hab aktuell auch noch Rufbereitschaft, das heißt, wenn hier ein altertümliches Klingeln reinkommt, ähm, muss ich sofort den Stream deaktivieren, äh, oder erstmal stumm schalten und, ähm, muss ans Telefon rangehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jo Kein Problem Ist ja jetzt nicht so Die schlimme Frage gewesen Aber Macht Spaß Hab Vier Mitarbeiter Und Einen Azubi Und dieses Jahr kriege ich noch einen zweiten Azubi dazu Bin nebenbei noch Ausbilder Jo Kommt ein bisschen was zusammen Kein Problem Ich seh das jetzt als Nicht gefährlich an Aber klar Also Jeder soll ein Level von Privatsphäre führen Wie er möchte Ähm Aber Ich find das cool was ich mache Muss ich sagen Und Halt aktuell nicht sehr problematisch Also für mich persönlich Aber Ja Naja aber Ich kann's auch verstehen Ähm Ich glaub Es läuft auch keiner durch die Straßen Und fragt dann jemanden Was er aktuell macht Also doch Bei Umfragen Also Ja Ja Jetzt habe ich hier schon... Die habe ich gesucht. Ha. Ja, also, das ist am Anfang echt wenig. Es wird nach und nach mehr. Was ich halt cool finde, ist, du wirst an jedes Gerät nach und nach rangeführt. Und kannst also echt entspannt spielen. Und was ich cool finde, ist, du musst nicht unbedingt den Blitzableiter haben, sondern du kannst ja hier zig Sachen anbauen. Das finde ich ganz cool. Und ich habe aus Faulheit hier so einen Parkassistent. Der macht den hier automatisch. Oh. Ich tanke lieber nochmal. Und zapp. Aber man muss auch dazu sagen... Wir speichern mal eben kurz. Ich bin auch schon bei 28 Stunden. Das muss man dazu sagen, ne? Ja, hatte ich auch. Was ich empfehlen kann, ist... Ähm... Moment. Ich sollte die Karre ausmachen, wenn ich dir was zeige. Du findest ganz oft bei Tankstellen so eine Mülltonne. Hilfreicher Müllcontainer. Sprech den immer an. Ähm... Den kannst du meistens dreimal ansprechen, bis er diese Animation macht. Dann kommt nichts mehr raus. Und da kommen Müllperlen raus. Und diese Müllperlen kannst du, äh... Erstmal sammeln, wenn du diesen, ähm... Wie heißt das hier gleich noch? Äh... Moment. Das Materiezerleger. Den noch nicht hast. Äh... Würde ich die Perlen sammeln. Oh. Äh... Die schmeißt du da rein. Das wäre auch das Erste, was ich dir raten würde, dass du das holst. Und du hast ja gesehen, wenn ich... Ich hab jetzt hier eine primitive Tür. Die kann ich hier reintun. Und dann wird die in ihre Einzelteile zerlegt. Es ist zwar nicht 100% alle Einzelteile, ne? Die du dafür ausgegeben hast. Aber... Äh... Die Materialperlen... Ähm... Die... ...geben sowas von krass viele Materialien. Genau. Aber die... Materialperlen sind halt absolut das geilste. Und die gibt es halt in unterschiedlichen Stufen. Ja, also ich würde die... Ähm... Auch bunkern. Und... Ja. Aber die... Da gibt es Hardcore... Äh... Materialien. Und ich würde diesen... Ähm... Ah, wie heißt das gleich noch? Äh... Diesen Apparillo, den ich da ganz zum Schluss verwendet hab. Immer ordentlich nutzen. So. Weil der sammelt alle Materialien, die auf dem Boden liegen. Äh... Sammelt der ein. Und was halt cool ist, das wussten auch viele nicht. Äh... Da wo du die Maus hältst... Und T drückst, wird das Material hinterhergelegt. Und wenn du jetzt zum Beispiel das Material hier liegen hast... Und Z drückst, mit der Maus in dem Inventar drinne... Dann wird das sortiert, das Inventar. Und mit R kannst du... Die Position ändern. Also hochkant oder seitlich. Und Shift und Mausklick zieht das rüber. In Z wusste ich auch nicht. Ich hab irgendwann mal durchs Invent... Äh... Durch die Steuerung geskippt. Weil du kannst wirklich mit... C kannst du den Scheibenwischer anmachen. Und ich hab ne Macke, da geht das Licht immer an. Mit Y kannst du Licht an und aus machen. Aber du kannst den Motor... Nicht automatisch einschalten lassen. Und das wollte ich halt einfach mal nachgucken. Ach ja, und äh... Mit F kannst du treten. Tret mal dein Auto. Öfters. Das ist auch sehr spaßig. Hey. Mecker nicht. Probier's einfach mal aus. Da passiert aber nix Schlimmes. Versprochen. Also ich mach's sogar vor. Bei mir passiert nix mehr. Bei dir sollte... Sollte was passieren. Also mit F einfach treten. Bei mir passiert nix mehr. Bei dir sollte aber eigentlich was passieren. Also die haben da echt coole Sachen eingebracht. Ich hab die Achievement-Liste. ein bisschen durchgelesen. Es gibt sehr lustige Achievements. Wow. Mein Auto verfolgt mich. Oh, ich fahr in die falsche Richtung. Oh. Hilfe. 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 Also du kannst das Radio anmachen und du kannst den Radiosender wechseln. Also ich finde die eigentlich ganz cool. Oh, ich bin schon wieder falsch gefahren. Ja, was ich in diesem Spiel jetzt cool finden würde, wäre ein eigener Radiosender, wo du einfach irgendwo deinen Soundordner ablegen könntest und dann hörst du einfach hier drüber das Radio. Und viel Spaß im Lurk. Ich versuche irgendwie Commentary beizusteuern. Ähm, ähm, ne hab ich nicht. Ich hab, äh, hier, wie heißt das, ähm, äh, Epidemic Sounds. Ich könnte jetzt einfach Musik anmachen, aber das ist wahrscheinlich maximal nervig. Äh, ich wollte gerne Musik im Stream hören und auch so, dass, ähm, andere Leute dem auch zuhören können. Und deswegen, hey, das ist monatlich kündbar. Das geht in Ordnung und ich hör das auch, äh, privat. Also das geht schon klar. Dankeschön, Jerry-Kate. Dankeschön, Jerry-Kate. Das geht schon mal. Oh. Ach, hier ist schon wieder diese... Oh, das ist wieder nervig. Okay. Das ist wieder dieses Randomize. Okay. Oh Gott. Ab in den Wald. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich bin mal ehrlich, ne? Ich hätte ja schon mal Bock mit so einer Schrottkarre mit ordentlich Federung und guten Reifen. Auch mal so durch den Wald Offroad und dann... Bäume umfahren ist ein bisschen blöd, aber eigentlich Bäume umfahren. Mal gucken, wie das ist. So einmal eine Stunde Pacific Drive Offroad in echtem Leben. Ich glaube, ich fahre dann auch gegen Bäume gegen, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Ja. Also, da musst du wahrscheinlich extra bezau... Oh, den nehmen wir mit. Äh... Auf der Karte findest du diese Kassetten und da kriegst du so ein Logbuch übrigens. Aber ich glaube, mit so einer gepanzerten A-Klasse... So eine alte... Wäre das, glaube ich, sogar möglich, so Offroad zu fahren. Oder irgendwie mit einem Unimug oder so. A-Karte, glaube ich, was ein Laufbau aus dem Zonen-Wirken. Das war ein Laufbau aus dem Zonen-Wirken. Und der Wärtschicht, oder so eine klug, ist das... Das war ein Wärtschicht. Der Wärtschicht-Wärtschicht, ist, dass es ein PR-Push... Oh, hier, das hier meinte ich, da kriegst du immer so Log-Files, die sind ganz nett. Ähm, oh, kennst du die Touristen schon? Ähm, uns, oh Gott, was für ein Sound. Ähm, das ist eigentlich, äh, die Abgrenzung der Map. Oh. Okay, ich fahr einfach mal weiter. Ach, ich muss hier rein. Oh Gott. Ja, okay. Ja, heute war ein sehr langer Tag. Ich hab dir aber nicht gezeigt, was passiert, wenn du gegenfährst. Ach ja, und Entführer kannst du abwehren, indem du den Gang rausnimmst. Oh, holy. Das war knapp. Huh. Ja, genau. Oh. Oh. Oh, Sturm kommt. Oh Gott. Ich hab das Auto nicht an. Oh. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh. 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 Ja, langsam kommen die Erinnerungen. Ja, war ein langer Tag. Ja. Ja, also deswegen bin ich gerade ganz froh, dass ich so ein Spiel spiele. Es bestraft nicht zu sehr. Ja, und ich kann hier relativ gut abschalten. Ich brauche nicht mir so viele Gedanken machen. Es ist zwar ein bisschen stressig, weil die Umgebung kaputt geht, sage ich jetzt mal. Aber ich muss nicht unbedingt nachdenken, kann man das so sagen. Also deswegen finde ich das Spiel echt cool. Stumpfes Autofahren eigentlich. Ja, meine Uhr hat mich gerade gewarnt, dass ich gerade zu gestresst bin. Das war nur ein von vielen Einheiten, die in der Zonen 32 Jahre dauern. Es ist die von mir zurückgekehrt als ein prime Beispiel. Was da, in Sierra, ist das Kind der Verkaufsteiger, die von der Zonen-Zone zu erschaffen haben, in der ersten Zeit. Wir können sich aus dem Wenig zu wissen, was hier passiert ist. Äh, ja, meine kommt immer in random Zeiten, den ganzen Tag auf der Arbeit, wo ich maximal gefühlten Stress habe, sagt die nichts. Ich bin hier am Zocken, denke, du bist eigentlich total tiefenentspannt, sagt die Uhr mir, ich bin gestresst. Also, das kannst du auch keinem erzählen. Der Bär. Was ist denn der Bär? Achso. Oh, da müssen wir hin. Aber ich habe zu viele Anker eingesammelt, glaube ich. Es kommt ein Gewitter und ein Sturm. Ähm, okay. So. Ähm, Trubarion. Der Sturm kommt noch nicht? Und tschüss. Was ich aber cool finde ist, das kann ich eben zeigen, das ist aktuell meine Uhr. Sieht man das? Oh. Äh. Äh. Schön, äh, von Fallout. Ist voll geil. Und die Uhr erkennt, wenn man keine, ähm, gefühlte Energie mehr hat. Und dann wird der, äh, Typ immer kaputter. Ist mega gut. Habe ich auch nur durch reinen Zufall gefunden. Oder reiner Zufall. So. 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 Und wieder auf Oh Ein Sturm zieht auf Oh, ich bin gegen den Baum gefahren Du hattest ja vorhin gefragt, was ich beruflich mache, ne? Was hättest du gedacht oder gesagt? Hätte ich gesagt, ich bin Taxifahrer seit 20 Jahren Also, du guckst ja jetzt noch nicht so lange zu Aber meine Fahrweise ist dir ja schon aufgefallen Ja Aber meine Gedanken wären erst einfach so Okay Passt ja gar nicht zusammen Oh, cool Ich bin auch mal professionell Auto gefahren Ähm Ich hab Pizza ausgeliefert, nein Äh, doch, also ich hab wirklich Pizza ausgeliefert Aber das ist ja wohl überhaupt nicht professionell Aber professionell Auto fahren ist auch cool Ich fahr noch nicht mal selbst Auto mittlerweile Äh, also Ich fahr zwischendurch mal Auto Aber jetzt mittlerweile vielleicht so 4, 5 Mal im Jahr Und dann auch nur so 15 Kilometer maximal Oder 20 Ähm Ich bin jetzt komplett auf Fahrrad umgestiegen Ich bin jetzt Ah, da geht's nicht hoch. Gott. Hilfe. Guten Hunger, bei was auch immer es zu essen gibt und bedanke dich recht herzlich bei deiner besseren Hälfte, wenn sie denn weiblicher Natur ist, denn heute ist Weltfrauentag. Wow. Faden. Hilfe. Cool, ich stecke mit dem Auto fest. Super, das freut mich. Dann bis später und guten Hunger. So. Cool. Okay. So. Okay. So. Okay. So. Okay. So. 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 So, dann können wir bald. Ups. Hilfe. No, ich bin mitten in der Zone drin, ne? Hm. Wow, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich will, oh Gott. Also jetzt ist meine Fahrweise nicht an den Straßenverhältnissen schuld. Da kann ich nix für. Hilfe. Gods. Gods. Hilfe, Gott. Das ist doch hier alles geplant. Das fällt eindeutig unter Mobbing. Ich glaube, ich sollte mal meine Sachen reparieren. Oh, ich habe keine Glühbirne mehr. Wow. Hilfe. Habe ich denn ein... Oh ja, cool. Meine Glühbirne. Super. Oh Gott, der Sturm hält sich auch noch über mir, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Schwede. Äh... War das gemein? Hilfe. Äh... Das ist ein wenig stressig. Vor allem, der Sturm zieht nicht weiter, sondern bleibt... Bleibt einfach über mir. Nein... Oh... Ist das das der Gartel? Oh Gott. Oh, ich steck fest. Im Eimer, Mechanikasset, oh Gott. Und da will er auch noch neu gemacht werden. Okay, neu gesetzt, holen wir eben den hier noch. Und jetzt sollte es noch schlimmer werden. Das Parksystem ist kaputt. Weil ich keinen Strom habe, okay. Oh mein Gott, wow. Na ja, ich will hier unbedingt schnell weg. Ein wenig stresse ich hier alles. Alter Schwede, ey. So schnellstmöglich weg. Oh! Oh, well, what do you know? You made it back. Wasn't too sure for a moment there. So schnellstmöglich weg. 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 Das ist das Problem. Okay. Uh, ganz viele Ressourcen. Probieren wir mal den Olympia-Brenner aus. Alles reparieren. So, damit sollte eigentlich gleich... Oh, das fehlt noch. So, eben noch Motor aus. Ich brauche noch ein... Äh, Abdicht. Nehmen wir eben... Und... Ersatzglühbirne. Wie sortiert er das denn? Okay. Und jetzt kommt das Anstrengste, wo ich nicht weiß, wie gut das funktioniert. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Und jetzt ist das Autosauger. Besonders, wenn man sich in die Mitte rein stellt. Es ist immer wieder schön. Und alle Zutaten werden hier in den, äh, Pot geladen. Wir können sie aufsammeln. Wir können sie aufsammeln und dann unseren Hauptzutaten hinzufügen. Also, sehr nützlich auf jeden Fall. Ach, das ist ja erst. Hm. Damit haben wir alles. Oh, wir müssen uns noch heilen. So. Ah, cool. Jetzt können wir von hier nach hier und dann hier hoch. Ah, das ist so eine Ringstraße. Okay. Also wäre es ja sinnvoll, das hier zu erkennen. Aber wenn wir erstmal den hier anfangen, würde ich sagen. Ja, dann machen wir das. Ressourcen niedrig, Sturmgefahr hoch und Schimmelballons fliegen rum. Okay. Und Kompresst Harz. Oh. Ich sollte mal das Licht ausmachen. So. Ich werde jetzt mal eine ganz kurze Pause machen und dann sehen wir uns gleich wieder zur nächsten Tour. Also, bis gleich. Und Kompresst Harz. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh mein Gott, das wird doch nix. Ich hab ne Tür verloren. Da. Diese blöde Tür. Kannst du echt keinem erzählen. Das war nichts. Das war nichts. Ist das... Ne, ist nur ein Fluss. Okay. Dann... Den Fluss brauchen wir nicht. Ich dachte, vielleicht geht mit dem Hupen die Tür zu. So. Und dann kicken wir mal, dass wir den Anker mitnehmen. Der sollte jetzt hier rechts irgendwo kommen. Gucken wir mal... Wo er ist. Da. Oh. Und ein Militärfahrzeug. Das ist schon mal gut. Oder ein ADA-Fahrzeug. Hm. Hm. So. Was passiert eigentlich, wenn wir den Himmel Das ist ein bisschen windig hier Ich habe irgendwie Angst, dass mein Auto wegfliegen wird Ich habe irgendwie Angst, dass mein Auto wegfliegen wird Jetzt gehen wir in die nächste Map Oh Gott Hilfe Das ist ein bisschen windig hier draußen Ein bisschen sehr laut So Hier wollten wir hin Hochdichte Säure Da hätten wir wahrscheinlich eher sowas Richtung Korrosionsschutz gebraucht Oh guck mal, den können wir direkt mitnehmen Aber wir sollten erstmal hinladen Alter Schwede, ist das windig Oh Oh Holy shit Oh Nee Das ist einfach nur ein Orkan Ist ein bisschen sehr windig hier draußen Und meine Tür geht immer auf Wenn ich lenke Gott Wie man undauend hört Das wird alles Klack 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 Ja Oh Oh Falsch gefahren Nee Doch noch nicht Und wenn ich das Licht an mache oder aus mache Geht eigentlich irgendwann die Tür zu Ach das ist der Harz Okay Oh oh Das Auto ist leider nicht säureresistent Nee das sieht alles nicht gut aus So Ein bisschen hier reparieren Ja Das ist wichtig Ich habe eine Wunderschöne Ja Ja Ich habe eine Ja Ich habe eine Ich habe eine Oh Gott. Hilfe. Was ist das? So. 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 Oh Gott. 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 Oh. Oh und diese Säurebälle hier auch noch. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Gott. was das hier alles für Geräusche gibt, ey. Das sind übrigens meine Platten Reifen, die diese Geräusche machen. Glaube ich. Oh, schade. Wollte mal reinfliegen. Ich hab ne Tür verloren. So. Du meinst die hier? Du kannst hier, wie du siehst, Teile reinbauen. Und die werden dann repariert. Heißt, wenn ich eine Tour mache und dann wiederkomme, sind die anschließend repariert und heile. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Genau, das ist richtig cool an sich Dann brauchst du nicht andauernd so viele Reparatursets bauen Wenn du weißt, dass du eh Mit einem anderen Set zum Beispiel losfahren willst Ich will Wohin wollen wir denn jetzt? Nice Guck mal, dann kann ich hier durchfahren und dann hier hin Und das ist... Ne, ich muss hier hin Ja Hohe Strahlungsintensität Okay, da müsste ich zum Beispiel jetzt sagen, okay Wir bauen die ab Und setzen uns da Ähm Wie heißt das gleich noch? Äh, Sachen ran Mir fällt gerade der Name nicht ein Äh, wir setzen uns... Genau, äh, das habe ich nämlich jetzt vor Ich habe hier nämlich noch mein Ausrüstungsset mit, äh Bleischicht gegen Radioaktivität Und was ich immer mache ist, ähm Ich repariere Die Frontschürze Äh, oder die Frontklappe Ne, die Heckklappe und Oh Äh, die Vordere Panzerungsplatte Weil die sind lackiert Und die stopfe ich dann hier rein Und dann den Rest Der kommt in, ähm Wie heißt das gleich noch? So, äh, die kommen dann in den Regenerator rein So Damit haben wir alles abmontiert Okay Dann Die müssen beide nur abgedichtet werden Dann holen wir uns eben ein Abdicht-Set Abdicht-Kit hier Und weg damit So Okay Das sieht alles gut aus Motor ist in Ordnung Lampen sind auch So weit es geht In Ordnung Dann können wir einmal eben tanken Oh So Und dann holen wir uns eben Unsere Sachen Oh Jetzt habe ich schon wieder eine Bleischürze verloren Oh Dieses Spiel Also Zwischenzeitlich passiert es Dass, äh Du Gegenstände löscht Aus was für einem Grund Grund auch immer Also ich habe gerade zum Beispiel Ja Einfach weg Das ist Richtig Nervig Also das passiert mir ganz oft Mit diesen, ähm Sachen hier Und dann Du kriegst es auch nicht wieder Das ist einfach wirklich weg Das liegt hier ja auch nicht auf dem Boden irgendwo rum Du kriegst es auch nicht Das können wir gleich mal ausprobieren Sie müsste ja eigentlich, ähm Über Den Staubsauger wieder auftauchen Ja, da, äh Jedes Schrankfach fasst ein, ähm Wie heißt das gleich noch Ein Teil von der, äh Karosserie Oh ja Hier Den Mackenautomat Der ist auch Nervig Der ist auch Äh Kannst du Ön Na john uent Due Von Dass ста von Mit Er Wie Oh, vorne, rechts. Den Mackenautomaten kennst du? So, jetzt habe ich die Macke entfernt und jetzt geht die Tür nicht mehr auf. So, jetzt geht's die Tür nicht mehr. Du hast irgendwelche Macken am Auto, die so richtig nervig sind. Wie die hier, das geht. Die gehen alle, ne, die hier oben. Aber die anderen sind halt Scheinwäscher und dann Innenlicht schaltet sich ein. Oh. Das ist auch nervig. Nabend. Ja. Also nicht nur, dass ich das Auto, also das Auto versucht, mich zu meiden und ja. Also. Cool. Das kann gerne bleiben. Kofferraum wird geöffnet, Scheinwörfer wird heller. Wir wollten jetzt noch gucken, ob die Motorhaube hier irgendwo liegt. Hui. Ich hoffe, euch ist nicht schlecht geworden. So, und hier ist keine Motorhaube. Leider. Leider. Okay. So, wir brauchen vorne noch eine Bleischürze. So, hatten wir hier den Seitenteilen noch was? Ne, hier nicht. Hier hatten wir noch die. Äh, die sind nur Beiwerk. Also du kannst deine Karosserie damit lackieren. Das war's. Dann gibt es noch diese Aufkleber hier. Und das ist so geil, wenn du rausgefunden hast, dass du Z drücken kannst, um die Sachen zu sortieren. Ach ja, und wenn du Aufkleber entfernen willst, es gibt dieses Arbeitsmittel. Damit funktioniert das. So, wir wollten jetzt da oben hin, deswegen haben wir Blei an. Wie sieht die Karre aus? Die Karre sieht gut aus. Ah, ich hab noch irgendwas Neues hier bekommen. Das nicht. Oh, ein Bär. Lenkrad ist auch nicht interessant. Das ist auch nicht neu. Die Biene ist neu. Okay, und Aufkleber. Pö. Echt ein Kackwetter. So, aber das Gute ist. Ja, ich weiß. Ich find die nur lustig. Ähm. Ich hab was freigeschaltet. Äh, schon vor ein paar Streams. Und damit kann man diese Schnellstraßen schneller fahren. Das heißt, ich muss nur diese Mittelstrecken fahren. Da, wo ich die ganze Zeit geradeaus war. Und das war's. Ja, und hier geht's echt nur geradeaus. Oh, ich wollte nochmal eben gucken. Roten Karte. Hier komm ich heraus. Hier hab ich alles entdeckt. Aber was Tödliches hab ich nicht. Neon-Korallen-Riff. Sauber. Und hier gibt es Lim-Magnetisierer und irgendwas mit Strahlung. Okay. Okay. So. Oh, fahr' wir hier einfach mal lang. Neu ausgestattet. Nicht nur komplett umgebaut. Holy shit. Bin ich fertig. Ja, die Scheibe darf nur keinen Sprung be- Gott. Die Scheibe darf nur keinen Sprung bekommen. Dann ist die in Ordnung. Aber ja, man kann alles strahlenfest machen. Aber interessanterweise, das kann ich auch nochmal zeigen, die Teile strahlen ab. Also, wenn du hier mal dran guckst, das hat 33 und 85 Prozent Strahlenschutz. Und der Reifen hier hat 50 Prozent, weil es abstrahlt. Aber das Büro ist jetzt neu ausgestattet. heißt, heißt, wir haben die ganzen Sachen umgebaut und so weiter. Wir dachten, wir brauchen nur drei Stunden. Wir haben von halb eins bis um sechs, kurz vor sechs, dran gearbeitet. Wir haben so viel Kram aus dem Büro rausgeholt. Wir haben so einen blauen Wagen. Da passen Lass mich lügen. sehr viele Sachen drauf, auf jeden Fall. Was kann man denn da gut als Beispiel nehmen? Also, du würdest mit dem Teil easy 16 Kisten Wasser transportieren können. Und ja, den haben wir dreimal mit Schrott weggebracht. Oder mit Eilteilen, muss man ja sagen. Nicht mit Schrott. Ähm, ja. Mir tun die Füße weh. Die doppelte Anzahl an Schritten gelaufen, die ich sonst täglich laufe. Und ja, war ein bisschen verrückt alles. Joa, ich bin jetzt bei 15.600 Schritten. Normalerweise habe ich so zwischen 7 und 10. Aus was für Gründen auch immer 8 Nadel-Drucker. Womit du Rezepte drucken kannst und sowas. 8 Stück. Also, die haben wir in einem Schrank gefunden. In den Schrank haben wir, ich glaube, das letzte Mal vor 4 Jahren gefühlt reingeguckt. Ja. Hätten wir mal früher machen sollen. Aber 8 Nadel-Drucker waren da drin. Und alle kaputt auch noch. Also, die hätten längst entsorgt werden können. So, hier gibt es keine Korallen. Oh, da. Ah ne, Sumpfeier habe ich eigentlich genügend. Nehmen wir aber vorsichtshalber noch mit. 4 mich leider an meinen Arbeitsalltag ich hoffe nicht, dass das Telefon gleich klingelt, weil das hat so komisch diese Handygeräusche im Headset gemacht nee, nee, die sobald die in Rente gehen können fangen die an zu laufen die siehst du innerhalb von Minuten nicht mehr hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und die sind wie Kaugummi, wenn du dagegen kommst Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ähm, ups Traurigerweise ist mein Schreibtisch wirklich aus den 70ern Mit einem neuen Untergestell aber Und, äh, ja Dazu fällt mir jetzt leider keine bissige Antwort ein Weil's leider traurige Realität ist Oh, nice Ähm, ja, wir haben Schwarz-Weiß Und Ja, total ekelig, die Teile Und nervig Und, äh, ja, wir haben So, die können wir nicht richtig gut Blau, äh, brau Okay, Endlospapier geht leider nicht, weil da drüber die, ähm Ohoh Ohoh So ein Wollte ich mir irgendwann auch noch kaufen Und einfach nur hier ins Regal Regal stellen Das ist mega cool Und, äh, also Ein Amiga Und, äh, Endlospapier geht bei uns leider Nicht wegen den, äh Rezepten und so weiter Aber ich glaube, früher hatten die hier auch Endlospapier Was ist denn mit meinem Motor los? Das habe ich gerade gesehen Er hat einen Elektroschaden Okay, da bin ich leider zu jung für Ich war Ich habe noch nie Oder ich saß noch nie an so einem Teil Aber Ah, das würde ich echt mal gerne Gespenstige Dunkelheit Oh Woo Woo Woof Ne Glühwürmchen, ich wollte gerade sagen, ne Glühbirne, Entführer sind nervig. Oh, den hier sollten wir erst mitnehmen. Das ist ja cool, ich bin 91er Baujahr. Ja, also mein erster PC war der von meinem Vater mit Windows 95 drauf. Um mal den Unterschied zu sagen. Ja, und ich, äh, wie gesagt, wirklich, ich hatte noch nie die Chance so richtig. Ähm, ich glaube, ich könnte einen Arbeitskollegen fragen. Das wäre dann da kein Problem. Wenn ich den, der könnte wahrscheinlich sein, Amiga oder C64 mitbringen. Das ist sehr nett. Also, dann, dann solltest du dich mit meinen Mitarbeitern unterhalten. Der eine ist Baujahr 2001. Und der sitzt auf einem Stuhl, der aus, äh, der 1996 gebaut worden ist, weil es bei uns so viel Geld für Stühle gibt. Hahahaha. Ups. Oh. Oh. Puh. Okay, Tim. Okay. I don't know. Nee, aber das ist unser Pass zur Generation Das ist unser Apple-Spezialist Der betreut Den Haufen an iPads Und iPhones und Da komm ich nicht rein Ich bin da nur Für das Reparieren zuständig Dieses grobe Reparieren Ich hab ein iPad repariert Indem ich das wieder gerade gebogen hab Funktioniert wieder Ist jetzt wieder Seit drei Wochen im Einsatz Und davor hat der Bildschirm nicht funktioniert Das war ganz lustig Und gerade Und schlagartig hat der Bildschirm auch wieder funktioniert Also es ist Touristenattraktion Moment Beschädigte Anker Klebrige Kumpel Teufelsmühle Flugfeld Nicht entdeckt Touristenfalle Strandball Hä? Es kommt jetzt schon ein Sturm? Aber recht hast du Ja Aber Ist ganz hilfreich So Ja Nee Das geht Also wir machen Äh Ja okay Wir arbeiten auch nur mit der Eingabeaufforderung Und mit Putty Und SSH Und so weiter Aber Joa Das geht eigentlich Aber bei uns ist sehr viel Fachwissen Voraussetzung Durch die ganzen Unterschiedlichen Systeme Die wir einsetzen Oh Das hatte ich schon Wooh Wooh Den brauchen wir da hinten. Hier soll auch irgendwo einer sein. Hilfe. Den will ich sehen, den will ich sehen. Glänzender Bagger. Geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Purzelbombe. Oh. Jetzt haben wir gerade so ein spannendes Thema und ich kann nicht drauf reagieren. Das ist doch blöd. Hier sind so viele. Hallo. Okay, wir müssen zurückreisen. Oh, den nehmen wir noch mit. Verdammt. So, äh, sorry. Wir müssen mal eben kurz den Chat durchgehen. Also, der ist ein neuer... Oh ja, das kenne ich. Drucker an Mac ist die Hölle. Ja, ist bei uns so halb dasselbe. Aber wir planen da jetzt ein paar Sachen drumherum. So, dass wir das mit den Druckern vereinfachen können. Aber die ganzen unterschiedlichen Systeme sind die Hölle, kann ich sagen. Und überall sollen Drucker funktionieren. So. So. Holen wir uns noch das Dreieck da oben. Oh Gott. Ja. Oh, 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 oh. Also ich brauch definitiv Fahrstunden oder ich muss eben die Karre reparieren. Solange der rote Sturm noch nicht zu sehen ist, ist das relativ safe noch. Und ich will da hin. Hier ist nämlich ein Satellit runtergekommen. Olympiatür. Nice. War das die einzige Seite oder geht es hier noch anders rein? Nee, es geht nur da. Okay, gut. So, und dann kehren wir jetzt zurück. Ich glaub, ich hab das Teil noch nie gescannt, oder? Gescannt. Okay. Ja, also wir haben einige Sachen auf Linux-Basis bei uns laufen. Deswegen ist das nicht so ganz un... Kein unbekanntes Gebiet. Aber Macs sind dafür immer noch was Besonderes. Und irgendwie haben nur, ich glaube, von 18 Leuten... Ich glaub, nur einer hat Mac zu Hause. Oder zwei. Und das heißt, genau die beiden Kollegen müssen sich dann non-stop immer mit allen möglichen Mac-Problemen beschäftigen. Oh, oh. Oh, die rote Zone kommt ja richtig schnell. Obwohl, das geht sogar noch. Oh, schade. Da hätte ich weiter fliehen müssen. Boah, jetzt werde ich auch noch von derb gemobbt. So, gefällt mir das. Oh. Korrosionsbeständige Tür. Schade. Okay. Stop. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das kenne ich irgendwo her. Oh. So lief das bei mir damals auch ab. Mein Vater. Mochte es überhaupt nicht. Aber so bin ich zur IT gekommen. Also das. Ernsthaft. Das finde ich sehr lustig. Ich bin 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 sehr lustig. Oder ein Hochzeitstag oder sowas. Aber das finde ich lustig. Meine Nichten und Neffen. Ach, dafür brauchst du kein Onkel, dass das so gut funktioniert, kann ich dir sagen. Ich bin sehr lustig. Ich bin sehr lustig. Ich bin sehr lustig. Ich bin sehr lustig. Auch. Und ich finde es ein bisschen blöd, dass du nicht irgendwie Zeit vergehen lassen kannst. Also ich würde es auch eher ein bisschen mehr tagsüber haben wollen. Woo! Musste mal eben sein. Ein bisschen bescheuert auf den Wirbelwind zu laufen muss doch mal drin sein, oder? Oh ja. Ja. Verbesserte Kofferraumbox. So, wie groß ist denn die dann jetzt? Hello? Wow, Pappkarton. Oh. 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 Please. Hm, schade. Was wird denn hier benötigt? Limchips 4. Ich glaube, dafür brauche ich die Dinge ins Kirchen, ne? Ja. Olympium. Olympium Adern. Anker-Party. Anker-Party. Olympium Adern. Okay, wir fahren hier hin. Ja, ich bin mal froh, dass mal Tag ist. Oh, das sollte ich mitnehmen. Und ich wollte noch Olympium Brenner. Den kann man immer gut gebrauchen. Hier haben wir nichts drinne. Oh. Hier haben wir noch den Olympium. Äh. Oh, das ist ja. So, jetzt fahren wir sogar mal tagsüber los. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ist ja das Übliche. Kaum beschwerst du dich, läuft es schon richtig. Also wir nennen es in der IT immer kaum bist du am Drohnen, dass du vorbeikommst und schon kriegst du eine Sekunde später den Anruf. Läuft alles wieder. So. Oh. Oh, nice. Und ein Lenkrad. Ein Rallye Lenkrad. Nice. So. 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 Und weiter geht's. So. So. Mega. Ich frag mich ja, ob man noch andere Autos findet, weil man findet noch gepanzerte, also normale gepanzert und mehr hab ich noch nicht gesehen. Außer meine eigene Leiche, aber das zählt nicht. So. 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 Come. So. 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 Go. Du konntest aber bei der Fritzbox über das schnurlose Telefon die WLAN-Antenne einschalten. Also wurden uns die schnurlosen Telefone weggenommen. Und dann konntest du über einen Druckschalter hinten an der Fritzbox das WLAN wieder einschalten. Ja. Und irgendwann haben es dann meine Eltern aufgegeben. Als mein Bruder und ich angefangen haben, äh, WUW zu spielen. Irgendwie 2006, 2007? Ich glaube 2006. Ja. Das war doch die Zeit, wo du einfach im Internet relativ easy einen, äh, One-Click-Server runterladen konntest mit komplett WUW. Ja. 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 das? Ah, ein Taschendieb. Oh, WTF, der hat mein... Hat er mir eine Tür geklaut? Ja. Das kannst du doch keinem erzählen. War echt gemeint von dem. Jetzt hat er mir die Motorhaube geklaut. Das ist ja mal maximal nervig. Das ist ja mal maximal nervig. Das war's. Oh! Das war's. Oh Gott! Ohh Gott Gott Gott. Ich denke über dich. Das war creepy as fuck. Ja, ähm... Würde ich genauso machen. Muss ich ja leider zugeben, ne? Also, aber... Ich find's lustig. Darf man fragen, wie alt deine Lichte ist? Okay. Okay. Blödes Teil. So geht das jetzt aber nicht, dass mir hier an Don die Sachen geklaut werden. Oh, ja, dann finde ich das lustig. Ja, und cool. Also man kann sagen, sie ist zielstrebig und lernt selbstständig ihrem Ziel näher zu kommen. Also finde ich außerordentlich gut. Aber ich glaube, deine Schwester findet es nicht so lustig. So, ich muss mal eben Platten reparieren. So, ich glaube, das ist so lustig. So, ich weiß nicht, wie ich es nicht so lustig. So, ich habe noch zu machen. So, ich habe noch nicht nur das, wie ich aus der Arbeit bin. So, ich habe noch nicht so lustig, wie ich jetzt für mich zu tun. So, ich habe noch nicht so lustig, wie ich es fühle, wie ich das aus der Bühne bin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist hier wie da. Nicht schön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Naja, aber eigentlich sollte man das fördern, ne? Also wenn man schon, ich sag mal, Begeisterung hat, dann ist das auf jeden Fall etwas, was man fördern sollte, ja. Schnell weiter. Ja, das kann ich auch nachvollziehen mit der Notwehr und so ein Gefühl hatte ich damals auch. Ähm, und ja, deine Schwester, der kann man ja auch irgendwie ein wenig, oder man kann das Ganze ein wenig nachvollziehen. Besonders wenn man halt einen Onkel, beziehungsweise in dem Fall Bruder hat, der sich mit dem ganzen Kram halt auskennt, ne? Ja. 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 Das ist grad schön dunkel hier. Ja, also bei mir war da das große Glück wirklich, dass mein Vater für die Arbeit immer relativ aktuelle Rechner bekommen hat, worauf wir dann zocken konnten. Das war ganz nett. Joa, war bei mir auch nicht anders. Ich habe nach und nach die ganzen Teile dann vom Taschengeld gekauft für den PC. Und ja, also ich kann das nur nachvollziehen. Aber meine Eltern hatten auch damals gesagt, wenn du sowas haben willst, dann kümmer dich selbst drum. Aber damals ging das gefühlt auch noch ein bisschen einfacher. Da hast du irgendwie für 10 Euro was auf Ebay bekommen, was du auch einsetzen konntest. Ja, bei mir war das von drei Freunden von meinen Eltern oder vier, fünf und dann immer von dem hast du dit bekommen, von dem hast du dit bekommen. Und dann konntest du dir irgendwann am Ende, so nach drei, vier Monaten, konnte ich mir dann ein PC zusammenbauen. Das war dann so die eine Hälfte Medion-Rechner mit zusätzlichen Arbeitsspeichern, eine Grafikkarte eingebaut und ja. Das war dann so. Das war dann so. Das war dann so. Und das nervt. Das auf jeden Fall. Und bei der ganzen IT-Geschichte ist es ja immer so, man muss dranbleiben. Aber ich glaube, das ist bei oooohh vielen Sachen so. Aber was ich heutzutage bedeutend cooler finde, ist, dass du so viel auf YouTube finden kannst. Du hast irgendein Problem. Irgendwer auf der Welt hatte das schon mal. Also damals hattest du irgendwie mal Glück, dass du vielleicht irgendwo, vielleicht, wenn du Glück hast, auf der 15. Seite in irgendeinem Forum das beschrieben bekommen hast. Aber sonst... Ja. Und jetzt kannst du einfach eben fix googeln, hast deine YouTube-Suche und kriegst eigentlich alle Sachen super zusammengestellt. Gott, ist das Fenster. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Aber wir kriegen jetzt so viel Olympium Oh, wir haben 56 Olympium Nice, nice, nice Sehe ich hier noch irgendwo was lila glitzern War hier noch was? Nee Hier gibt's nichts mehr Ja Hilfe. what so 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 Finden wir hier noch ein bisschen Olympium, wenn wir hier durch die Gegend driven. Wow, das sieht ja schlecht aus. Ja, das auf jeden Fall. Also ich bleib nicht zwangsläufig. Ich glaube viel ist einfach dadurch geschuldet, dass ich mich auch privat dafür sehr interessiere. Und mir dann auch Videos und Newsartikel und 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 angucke. Aber da kommt es halt wirklich drauf an, welche Themen mich interessieren. Aber wenn man dieses Grundverständnis erstmal drauf hat, dann ist das sehr hilfreich. Und auch, ich fände es ein bisschen einfacher da reinzukommen oder sich auch reinzudenken. Einzudenken. Geheimnis Geheimnis Gate ist oben. Fahren kann ich. So. Ja, das sieht ja harmlos aus. Dann können wir hier ganz entspannt zurückfahren. Den hier haben wir schon. Ja. Da. All ten fingers and toes are counted for? Ja, aber nicht nur counten. Du musst nachdenken und nicht nachdenken. Keine Toehands. Das war's. Was ist das? Ja, das mache ich aber auch. Also, ähm, da gucke ich wirklich, äh, was, was kriege ich gerade am besten und, 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 ähm, das macht mir auch unglaublich Spaß. Und, äh, das mache ich mittlerweile auch für, äh, Freunde und Bekannte. Einfach nur, äh, einfach nur wirklich, weil es Spaß macht. Äh, ja. mein letzter Rechner war ein PC für äh Arbeitskollegen zu dem Zeitpunkt noch ehemaligen äh oder war das noch unser Azubi und ähm weil wir bei uns, wir haben immer nur äh wie heißt das gleich noch ähm wir haben halt so Standard Rechner von HP und die sind halt HP baut fertig zusammengebaute Maschinen äh da kannst du nicht unbedingt gut was zeigen bei was so typischer Hardware angeht genau so haben wir das auch gemacht das war auch sein erster eigener Rechner ähm und wir haben dann also der hatte schon vorher eigene Rechner aber fertig gekaufte halt ne und wir haben dann halt gesagt ähm wir nutzen das als ähm Ausbildungsevent und äh haben das dann während der Arbeitszeit gemacht und dann vor Ort ähm im Betrieb mit den ganzen Teilen die man braucht und 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 das wurde dann als äh Ausbildungsmaßnahme verbucht das fand ich ganz cool dass ich sowas dann auch umsetzen konnte immer wieder schön okay you might have to hanged behind hanged behind me pass behind me you might have to hanged behind these dead eyes on the highway Okay. Ja, also ich finde das auch jedes Mal genial. Und privat am liebsten würde ich mir alle zwei Wochen einen neuen PC kaufen. Das ist richtig schlimm. Oh. Jetzt habe ich nicht mehr genügend Sumpfeier. Verdammt. Ja, also ich Ich liebe einfach diesen Bildungs also den das das Bauen selbst. Und aber ich baue auch andauernd an meinem PC noch rum und so weiter. Einfach nur weil macht Laune. Oh, mir fehlen echt acht Sumpfeier. Aber ich kann dit erweitern. gut. Cool. Ja, okay. Nee, so bin ich dann nicht drauf. Ähm. Ja. Also bei mir... Ich suche mir die Treiber raus natürlich. Und mach und tu, aber ich optimiere dann nicht. Außer natürlich, ich habe irgendwelche... Äh... Probleme oder so. Dann ja. 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 Eine Magnetstrohstange. Also Sachen anpacken auf jeden Fall. Aber sobald mein System performant läuft, mache ich dann damit nichts mehr. Und gucke dann immer, wenn neue Treiber verfügbar sind, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Und sonst installiere ich dann den alten wieder. Aber Battlefield war doch bestimmt wieder so ein komisches Spiel, wo das nicht so gut optimiert war und wo es wirklich drauf ankam. Also ich habe einen neuen Stuhl, aber irgendwie ist das echt ungemütlich. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ja, das habe ich aber auch gemacht. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Das war's. Sperrgebiet-Empfänger. Beschädigte Anker. Genau, das hab ich bei mir aber auch gemacht. Ähm, die Netzwerktreiber soweit hingedreht, dass der Empfang und Ping besser ist. Macht sich aber auch echt hart bemerkbar. Abgeschirmte Stoßstange. Das würd ich mal ausprobieren. Oh. Das war's. Läuft der automatisch, oder was? Nice. So. Technische Meisterleistung. Okay. Ja, also... Ich bin so Typ Mensch, ähm... Ich gucke mir das auch alles an, bis zum geht nicht mehr. Aber ich muss da echt aufpassen. Ich kann da echt hart Zeit rein... ...dampen. So kann man es wirklich sagen. Dampen ist ein sehr guter Begriff. Also da ist auch bei mir zum Beispiel das Smart Home ein sehr gutes Beispiel. Ja, aber irgendwann macht das ja auch keinen Spaß mehr. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich da mich wirklich drauf freuen kann, mir dann nach und nach die Teile bestelle und dann, äh, wenn dann alles da ist, dann wirklich Sachen zusammenbauen kann. Wir sind ein bisschen rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ich frag mich, was die Magnet-Geschichte bringt Das war's für funk, 2017 So, was passiert? 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 Oh. Sind diese Tocks immer, dass ich irgendwas einsammel? Oh Gott. Können wir mal eben nachgucken. Oh nice. Er sammelt wirklich einfach während der Fahrt Schrott ein. Das ist schön. 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 In der Stoßstange. Aber das Stück ist ein bisschen nervig, glaube ich, auf Dauer. Das ist schön. Das ist schön. Aber ist an sich eigentlich echt cool. Das ist schön. 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 Nice. So. Und durch wie viele Zonen fahre ich jetzt eigentlich durch, bis ich... Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Okay. So. Oh. 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 Das war das, wo man durch die Röhre gehen kann, ne? Ja. Hm. Kann man hier hochgehen? Das sieht irgendwie... Nö. Okay. Schade. Warum ist das dann hier auch markiert? Also, das... Muss jetzt mal einer verstehen, ne? Dahinter ist ja auch nix. Hm. Oh Gott. Oh Gott. Warum denn nur... Hilfe. Oh Gott. Es ist eine sehr schwammige Fahrtweise. Das liegt aber nicht an mir. So. Oh Gott. Oh Gott. Ichárter. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ah, ich muss erst hier hin. Oh, guck mal hier, können wir ja gleich die Magneten mitnehmen. Okay, so? Ja, ich muss hier hin. Ja, ich muss hier hin. Das Auto wollte ich eigentlich noch behalten. Genau und schon wieder der nächste oder was? Gott. Nein! Oh Gott. Schon wieder aufgebobbt. Ich hätte echt einen anderen Standort wählen sollen. Wahrscheinlich sind jetzt alle Reifen und die Batterie Schrott. Ist klar. Aber das macht ja keinen Spaß. Okay, wir müssen hier raus. Oh Gott, 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 Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, alles kaputt. Ah, alles kaputt. Okay, nix mehr zum reparieren. Hab ich was zum Abdichten. Okay, super. Damit können wir weiter fahren. Aber die Batterie ist leer, okay. Aber wenigstens sind die Reifen nicht mehr Schrott. Ach, ich hab vergessen, ich hab kein Parkassistent dabei. Okay. 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 So, auf in die nächste Region. Okay. 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 Wait. Oh Gott. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, guck mal, das hier brauchen wir. Das kann man eben immer mitnehmen. Oh, man wird sogar geheilt. Dann räumen wir doch mal eben Magneten. Oh, man. Oh, man. Nice. Oh, man. 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 Was? 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 So, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo Olympium finden. Ah, wo wir vom Teufel sprechen. Ah, ich sollte die Karre ausmachen. Wieso liegt hier einfach ein Anker rum? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Aber nehme ich einfach mal so mit. Oh, da ist noch einer dran sogar. Oh. Das war's. Ops. War das echt die einzige Olympiumquelle jetzt hier? Oh. Ops. 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 Hier ist direkt noch einer. Hier muss irgendwo einer sein. Ops. 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 Damit haben wir alle auf der Karte, alle beschädigten. Ops. 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 Okay, wir können jetzt ein Upgrade machen. Darauf freue ich mich schon. Okay, also ich wollte das letzte Upgrade hier kaufen. Okay, also ich wollte das letzte Upgrade machen. Okay, also ich wollte das letzte Mal haben. Okay, also ich wollte das letzte Mal nehmen. Schönen. Jetzt müssen wir doch gucken, was wir noch für Upgrades holen können. Oh. Oh, du schießt. So, was haben wir denn hier noch? Also hier haben wir alles freigeschaltet. Jetzt haben wir Olympium. Das ist... Gegen Aufprallung. Okay. Damit habe ich alles freigeschaltet, außer hier. Okay, damit... Ich müsste jetzt eigentlich... ...alles freischalten. Also alle Rezepte. Ja, Bastelmeister. Schalte alle verfügbaren Teile an Fertigungsmaschinen frei. Super. Olympium und Bleiplättchen. Karbonglasfaser. Sumpfeier, Plasma. Chemikalien. Sumpfeier. Okay. Oh, wir haben kein Plastik mehr. Hm. Ach, verdammt. Oh. Wir können durchfahren bis hier oben. Oder durchfahren bis hier. Glückshäschen. Strandball. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Also... Ich... Ich glaube, ich muss für heute aufhören. Ich bin hardcore fällig. Und... Ähm... Ja, ich glaube, das wird nicht besser heute. Und... Morgen Vormittag wollte ich ein bisschen was in der Wohnung und so weiter tun. Und dann... Auf jeden Fall eine längere Streaming-Session machen. Ja, ich weiß. Ich bin... Das war doch ein bisschen zu viel mit dem ganzen Aufräumen. Also, das war echt nicht... Feierlich. Und ich darf nicht zu... Tief schlafen wegen der Rufbereitschaft. Das ist das nächste Problem. Ja, auf den Freitag. Das ist echt traurig. Ha. Ja. Aber dafür wird dann morgen... mehr reingehauen. Und... Ähm... Ich denke, dann sollten wir das Spiel eigentlich durchspielen können. Oder durchgespielt haben. Wenn wir uns dann die Missionen vornehmen. Die wollte ich heute nämlich nicht machen, weil ich nicht wusste, wie genau... ich fit bin. Und dann... Machen wir das morgen fertig. Ja. Weil so sieht das ja eigentlich schon mal sehr aufgedeckt aus. Ja. Wünsche ich dir auch einen schönen Abend auf jeden Fall und eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns definitiv morgen wieder. Und dann machen wir hier die Anomalie-Barrikade. Also, gute Nacht. Also, gute Nacht. Schönen Abend noch. Danke fürs dabei sein. Und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschööö und auf Wiedersehen. Tschööö und auf Wiedersehen. Tschöö und auf Wiedersehen. Tschöö und auf Wiedersehen. Tschöö und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.